Und da sind wir schon bei der Top 3 angekommen von unserer Top 10 Pflanze. Jetzt wird es spannend. Auf Platz Nummer 3 haben wir, nicht zu verwechseln mit einem echten Drachen, der Drachenbaum. Diese Pflanze ist die Pflanze, die fast am besten der Luft reignet in deiner Wohnung. Und auf Platz Nummer 2 steht, einen Moment, die Baumstrelizium. Und ja, das kann richtig groß, fast wie ein Baum werden. Und sogar nach 5 bis 7 Jahren kann die Pflanze eine Blüte haben, die aussieht wie ein Paradiesvog. Und jetzt auf Platz Nummer 1. Aber bevor ich das errate, schreibt bitte unten in die Kommentare, was ihr denkt, dass Nummer 1 muss sein oder was eure Nummer 1 Pflanze ist. Jetzt denn, Nummer 1, Smetterlingsorchidee, Valenopsis. Also, ich hatte das eigentlich auch nicht erwartet. Aber wenn du ein bisschen besser über Nacht denkst, sieht fast in jeder Fensterbank eine Orchidee. Und es ist auch eine von den meistverschenkten Pflanzen. Deswegen bedient die Orchidee auf jeden Fall einen Nummer 1 Spot auf unserer Liste meistverkaufte Pflanzen. prophesy. Leute. Leute.